so freunde unser letzter tag wir gehen noch mal ein strand noch ein kleiner spaziergang mit unserer tochter dann gehen wir noch was essen ja aber schaut euch das wetter an überall ist herbst etwas sonnenschein und gleich sehen wir das meer na ja wir werden es ja lange zeit nicht wiedersehen geplant ist dass wir meine schwiegermutter geburtstag hat im mai wieder hier ausschlagen aber heutzutage weiß man ja nicht so ganz genau also genießen wir heute noch etwas dem tag und schaut euch das an wunderschönes licht ganz entspannt und ruhig kaum menschen hier auch bereits kalt glaubt wir haben minus zwei grad ein traum da hinten am horizon seht ihr das ist eigentlich unser platz wo wir wohnen und ganz hinten auf der meerseite da seht ihr den damm erst geht an der autobahn drüber richtung kronstadt das eine insel wo auch menschen leben sehr interessant haben wir uns letztes jahr angeschaut und dahinter ist dann direkt sand petersburg und hier können wir sogar schon eis sehen letzte woche war ja so ein sturm ich glaube das sieht man hier noch so ein bisschen das ist das wasser ganz schön weit raus gedrückt hat und anfang der woche haben sie den strand auch gereinigt überall auch bei uns in sestowetsk weil da kam schon eine menge unrat durch den sturm am strand das war schon heftig aber jetzt ist wieder alles ruhig kaum eine wette zu sehen ja was wir sehen das ist das ist der golf von finnland und für die die in deutschland noch bei 18 19 grad die sonne genießen hier ist eis ich könnte direkt baden gehen wenn ich das wasser sehe ich möchte meinen videoen traf per den die in blabberdow ich denke ich distorted das ist ich sehe diesen das ist nah ich denke ich sehe die in Zeitung ich gehe das kürlisch ich sehe das ist ich sehe ich sehe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr schön! Ja! Anna, das erste Mal der Gazprom Tower! Ja! Ja! Und gehst dann zum Strand! Ja! 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 Das ist ein bisschen schwierig. Das ist die Kaffee, die du in der Wohnung machst. Marus, du willst? Nein, du willst. Dänis? Kaffee. 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 Dänis. Das ist mir. 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 Ich will.